Heute möchte ich dir zeigen, wie du den Umhang des Novizen herstellen kannst. Und dafür schauen wir einmal auf Schicksalsbrett. Das öffnest du mit der Taste B und dann gehst du hier rechts Richtung Handwerker. Und da kannst du nachschauen, du musst erstmal eine beliebige T2-Ressource veredelt haben, um diesen Umhang des Novizen freizuschalten. Und der ist dann herstellbar. Und sobald der herstellbar ist, gehst du zum Werkzeugmacher des Gesellen und klickst hier auf diese Tasche. Und hier ist der Umhang des Novizen. Und um den herzustellen, brauchst du viermal einfachen Stoff und du brauchst viermal starres Leder. Und dann kannst du den fertigen. Und sobald der gefertigt ist, landet der hier bei dir im Inventar. Und jetzt kannst du den entweder anlegen oder du kannst den beim Markt verkaufen oder du kannst den hier ins Untersuchen hineinziehen, damit du schneller T3 herstellen kannst. Das funktioniert bei mir jetzt nicht mehr, aber bei dir würden jetzt Ruhnpunkte gut geschrieben werden, damit du das schneller erreichst.